Über 1,9 Milliarden Menschen sind bereits übergewichtig auf der Welt und über 600 Millionen sind sogar noch fettleibig. Also wenn du dir schon mal die Frage gestellt haben solltest, bin ich zu dick? Dann bist du genau richtig hier. Hallo und herzlich willkommen zu The Food Talks. Mein Name ist Dr. Ann-Christin Picke und ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin. Wenn dir mein Kanal gefällt, dann unterstütze mich doch gerne mit deinem Abonnement. Ab wann hat man zu viel auf den Rippen? Und sind die Fettpölzerchen auch richtig verteilt? Das kannst du ganz leicht berechnen mit der Waist-to-Hip-Ratio. Das ist das Taille-zu-Hüfte-Verhältnis, kurz WHR. Es gibt auch noch zwei andere Möglichkeiten, sowas zu berechnen. Und dazu gehört der Body Mass Index und die Weight-to-Height-Ratio. Das werde ich dir aber in separaten Videos erklären. Was benötigst du für die Berechnung? Einfach nur ein Maßband. Was tust du? Du rechnest den Taillenumfang durch den Hüftumfang. Die Taille kannst du abmessen an dem Bereich, wo dein Oberkörper am schlankesten ist, also dein Bauch am schlankesten. Das sind es ungefähr zwei Finger breit über deinem Bauchnabel. Und die Hüfte dort, wo sie am breitesten ist. Bei Männern und Frauen gibt es dort Unterschiede. Die Männer haben meistens ein sehr breites Kreuz und verjüngen sich dann zur Hüfte hin. Frauen hingegen sind dann schlank in der Taille, aber gehen dann wieder auseinander für die Hüfte. Das sieht man nicht nur bei schlanken Personen, sondern auch bei, wo ein bisschen mehr drauf ist. Denn dort verändert sich dann das Aussehen nochmal anders. Gerade Männer nehmen am Bauch zu. Das beste Beispiel ist der sogenannte Bierbauch. Das heißt, die Person ähnelt einem Apfel mit diesem dicken Bäuchlein. Und das wird Android genannt. Bei den Frauen hingegen sind die Pölzerchen eher am Hintern und am Oberschenkel zu finden. Daher auch die Birnenformen und das nennt sich Gynoid. Selbstverständlich können Männer auch am Hintern zunehmen und Frauen auch am Bauch. Aber es ist so, dass meistens Frauen eben mehr am Hintern haben und Männer dann am Bauch, wohingegen die Beinchen und Ärmchen immer noch super schlank sind. Das Fett am Bauch ist allerdings das gefährlichste. Denn das ist in und um die Organe herum und das sorgt dafür, dass ganz viele Entzündungsprozesse stattfinden. Aber zurück zur Waist-to-Hip-Ratio. Also Berechnung Teilchenumfang durch Hüftumfang. Und mit deinem Ergebnis liegst du dann im Normalbereich, ein bisschen drüber oder du bist sogar fettleibig. Der Idealwert für Männer liegt bei 0,89 und für Frauen bei 0,7. Liegst du mit deinem Wert nicht im Normalbereich, sondern bist dicker, da musst du unbedingt aufpassen. Denn dann hast du ein erhöhtes Risiko für Bluthochdruck, für zu viel Fett im Blut, für Herzinfarkte, für Diabetes und für Depressionen. Was mir bei dieser Berechnung fehlt, ist der Wert für untergewichtige Personen. Daher bin ich mir sicher, dass sich auch die anderen Berechnungen interessieren. Nämlich die des Body Mass Indexes und der Weight-to-Height Ratio, die ich dir in anderen Videos erkläre. Wenn dir das Video also gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen hoch, dein Abonnement und deine Kommentare. Alles Gute und Tschakka, deine Ann-Christine. Wenn dir das Video also gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen hoch, dein Daumen hoch, dein Daumen hoch, dein Daumen hoch und dein Daumen hoch.